Hallo und herzlich willkommen zurück bei Generation Zero. Ja, nach zweiwöchiger Pause geht es endlich wieder weiter. Oh, und können auch schon wieder was looten. Sehr geil. Ja, warte mal, ich habe doch hier eine Kiste. Ja, jetzt sollte ich das vielleicht doch mal durchführen. Oder habe ich das schon durchgeführt? Ich weiß es nicht mehr, weil zwei Wochen ist schon lange her. Ihr sagt immer, ich habe zu viel Material dabei. Das ist verbaut. Warte mal, habe ich die doppelt? Na, na, brauche ich. Ich brauche alles. Ich brauche alles. Ich brauche es einfach. Da haben wir jetzt eine bessere gefunden, genau. Next mal, das können wir doch auf die draufbasteln. Dann machen wir das doch gleich. So, schau her, muss man wieder zurechtfinden. Was habe ich denn hier alles? Hier, das kann auf jeden Fall rüber. Äh, hier ablegen. Ich schiebe es da rüber. Zack. Da war der. Für Jagdgewehre. Das war aber nicht für das Sniper, gell? Hm, ich gucke. Das ist verbaut, 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 verbaut. Können wir noch, die losten wir da, die Granaten. Das muss ja ordentlich fetzen. Flintenjockey. Ja, Joke wahrscheinlich so das sein. Das schauen wir doch einmal. Gut. Und wir sind bei 8. Oh, warte mal, ich habe doch hier noch so einen Krempel. So, die Dietriche lasse ich gerne dabei. Die können rüber. Zack. Ach, schade. Ich wollte doch die Dietriche behalten. Genau, die lassen wir da. Alle möchten wir mitnehmen. Wir nehmen die Erste-Hilfe-Päckchen mit. Jawohl. Und die auch. Die müssen wir auch... Ha, zwei Wochen nicht mehr gespielt. Und? Schon müssen wir uns neu organisieren. So, die behalten wir auch da drüben. Was habe ich denn hier noch? Munitionstechnisch. Oh, Explosiv. Rauch. Brauchen wir nicht. Haben wir noch nie genutzt. Rauch. Glaube ich. Ne. Ich sag mal, ne. Flintenlaufen. Ja, das kommt weg. Die beiden würde ich gerne drinnen lassen. Die auf jeden Fall. Das sind die Scharfschützen. Die MP haben wir gerade, glaube ich, nicht mit dabei. Haben wir die dabei? Haben wir die nicht? Lass mal hier. Die lassen wir drinnen. Das ist Magnum. Die lassen wir auf jeden Fall. Das ist 5,56. Die lassen wir auch drinnen. Also erstmal wieder organisieren. Ja, sorry, wenn das jetzt gerade zwei Wochen wirklich gedauert hat. Weil ich hatte ja gesagt, ein bis zwei Wochen würde ich pausieren. Aber. Ging nicht anders. Das tut mir auch leid. Pass auf, die packen wir weg. Dann können wir das Scharfschützengewehr auch erstmal wegpacken. Aber wir basteln das erst nochmal um. Genau. Aber wie gesagt, das ist ein bisschen viel momentan um die Ohren. Mit Arbeit und Hasseln nicht gesehen. Und. Yo. Das ist. Gar nicht so einfach, alles unter einem Hut zu bringen. Das sage ich euch. Ja. Und da bitte ich um Verständnis einfach. Und das habt ihr auch. Das fand ich richtig gut. Fand es auch recht nett, dass einige nachgefragt haben, was los ist. Weil sie es vielleicht nicht mitgekriegt haben. Fand ich auch gut. Ja, man kann ja über alles reden. Kommunikation ist ois. So. Was hast du hier noch? Da ist eigentlich nichts mehr, gell? Hier hat Pistolen. Ah, hier. Komm weg. Komm weg. Wieder zwei Kilo gespart. Gewehre. Da, die Empir habe ich rausgetan. Ja, habe ich rausgetan. Die Munition zumindestens. Die machen wir jetzt noch schick. So. Zack. Menü. Die Waffe. Da sind sie. Die wollten wir gerade noch hübsch machen. Ergänzungen. Da geht nichts. Da geht... Visiere geht aber hier. Ist drauf. Perfekt. Munition haben wir auch gerade keine da. Gut. Das ist auch schon erledigt. Siehst du? Und dann auch schon vier Minuten quasi verbraucht. Nur für das Inventor. Aber wir haben ja Zeit der Welt. Da ist sie. Die Verräumer. Haben wir auch wieder unheimlich viel gespart. Genau. So. Mach mal das. Jawohl. Zack. Schrottflinte. Mal die Waffen nachladen. Was hast du da? Was hast du da? Da passen nur 20... 1000 A87 hier. 1187. Das ist schon ordentlich. So. Wir müssen immer noch... Sind wir in der Mission für die Kranken und Verletzten finden und erreiche das Hotel in Björn. Tunet. Da sind wir glaube ich gestorben. Ja. Haben wir da schon Unterschlupf in der Nähe gefunden? Nee. Hm. Nö. Aber hier müssen wir hin. Ja. Straighthead. Geradeaus durch. Das machen wir auch. So. Wir sind jetzt in der Winterlandschaft. Auf dieser kleinen Insel. Richtig cool. Ja. Wir haben ja beim letzten Mal den... Menschen gefunden, der eigentlich auf der Suche nach Sanitätsmaterial gewesen ist. Wie hieß der? Roland hieß der glaube ich. Gern? Ja. Ich glaube. So. Wir... Diese ganzen Komplexe oder Ortschaften. Wollte ich gerade sagen umgehen wir aber. Er hat sie fix. Warte mal. My pistol. Da ist sie. Den Kampf nehme ich jetzt auf. Erstmal wieder reinkommen ins Spiel. Ja. Man sieht es auch. Bitter nötig. Jetzt treffe ich die empfindlichen Teile nicht. Hier. Facke im Sturm oder im Winter. Scheiße. Nachlass. Oh. Oh. Das ist ein Scharfschütze. Der zieht natürlich wieder ab. Ne? Halt still. Warte. 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 Oh man. Hey. Okay. Waffenwechsel. Warte. Warte. Jetzt bin ich aber ein bisschen in Bedrängnis. Oh. Ja. Ich bin in Bedrängnis und ich glaube ich werde auch gleich sterben. Warte. Warte. Haben wir gleich. Okay. Warte. Schützen. Schützen. Oh. Nur noch einen. Er oder ich. Er oder ich. Ah. Er. Ah. Kacke. Ich habe ja gar kein Adrenalin. Ja. Was ist denn da los? Hm. Das ist nicht so toll. Ja. Jetzt warte. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir doch hin. Ja. Lasst mich jetzt mal wieder ein bisschen reinfinden. Ich muss da ein bisschen reinkommen wieder. Ich hoffe das Spiel ist nicht zu laut. Weil ich habe da ein bisschen am Regler runtergeschraubt. Nur nicht viel. Aber ein bisschen. Da ist auf jeden Fall der eine Krattler. Die nehmen wir noch mit. Es wäre doch gelacht. So. Da 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 da. Da 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 da. Bo bo. Zeig mal du Affenarsch. Jetzt komm mal her hier. Das war es mir jetzt wert. Auch wenn ich wieder fast im Arsch bin. So. Sniper Money. Da muss halt einmal alle Action ins Raus kommen. Ohne Witz. Da liegt der andere. Ah die anderen noch. Siehst du? Ja. So. Nachladen erstmal. Ganz wichtig. Das vergesse ich momentan in allen Spielen. gell. Richtig klasse. Dieses Nachladen. Das vergesse ich wirklich häufig. Momentan auch zu oft. Ach da drüben ist einer. Ja das erinnert mich ja an. Einige Jahre zuvor. Als ich noch viel mit der Konsole gespielt habe. Da kam ja gerade Call of Duty Modern Warfare 2 raus. Oder war das im ersten? Ne Modern Warfare 1 war das. Da gab es auch diese tolle Mechanik. Man geht an die Tür ran. Macht einen Sprengsatz rein. Und wenn die dann die Tür sprengen. Dann ist auch dieser Zeitlupen Effekt. Und damals bin ich mit der Desert Eagle reingegangen. Und dann macht es nur noch Klick. In Zeitlupe. Das sah richtig geil aus. Und habe dann hektisch versucht die Granate zu werfen. Und wo ist die Granate explodiert? Ja. Nicht bei mir. Hat er gerade noch so geschafft. Aber gerade so. Aber das ist dieser Moment. Gehst rein. Klick. Uch. Oh. Hier ist auch ein Unterkunft. Oh. Hau ab. Alter. Ja. Komm. Genau. Das ist wieder so ein. Hier. Apokalyptischer wahrscheinlich. Was ist mit dir? Ja. Der Haufe Zeug dabei. Ja. Jetzt hast du einen Dreck. Ziffix. Alter. Haufe Schwätzerei. Die Umgebung nicht beobachtet. Und auch schon. Hast du wieder einen Dreck. So. Alter. Oh. Wow. Wow. Warte mal. Was ist denn hier los? Ist ja gar kein guter Auftakt. Irgendwie. So, nehmen wir mal den da. Und E. Kommt nochmal. Ah, geht nicht so schnell. Okay. Ja, geleg. Warte mal, da müssen wir jetzt nochmal kurz ins Inventar gehen. Wo sind die 5? Die 5 ist gar nicht ausgewählt, oder? Achso, warte mal, das war ja anders, gell? Platz zu weisen. So, zack, 7 Stück. Das sind die einfachen. Die nehmen wir jetzt auch mal. So, Nummer 5. Bau ich mir nochmal einen rein. Reicht das? Ah, hätte er 90 erreicht, hätte ich gesagt. Passt. Aber so machen wir das nicht. So, dann gleich mal hier wieder ein bisschen was entsorgen. Was kann denn da alles weg? Was ist das denn hier? Das war alles diese Geschichten. Hier, komm, weg damit. Sonst ist überall eine Waffe dran, gell? Müssen wir nochmal wechseln. Machen wir aber dann. Da, der Rucksack. Das war bestimmt irgendwo Stoff oder so ein Blödsinn, oder? Irgendwann nicht zu viel im Inventar rum. Das nervt mich gerade irgendwie so ein bisschen selber. So. Tschüssi, Kowski. Hat der jetzt abgelassen? Der hat abgelassen. Richtig gut. So. Weil dann ist er ja aus dem Kampf geflüchtet und ich dürfte keine Minuspunkte kriegen. Warte mal, hier gab es doch noch irgendwas, gell? Da, der Typ. Ich wollte doch gerade meinen, ich habe da noch eine Taschenlampe gehabt. Warum ist das so dunkel, ne? So, warte mal. Kurz auf die Karte. Der ist ein Unterschlupf. Das ist schon mal sehr gut. Ah, okay. Da ist noch ein Sammelgegenstand. Das ist aber weiter oben. Wo läuft denn der lang? Der Spezi. Äh, da ist auf jeden Fall das Camp. Und merkt er, ich lasse mich schon wieder viel zu sehr ablenken. So, wer geistert darum? Da ist ein Läufer. Okay. Ach ne, crouchen, crouchen war. Wie war nochmal? Hier. Hinlegen war, was? X, Y, Y war das. Okay. So, ihr habt ja gesagt, wenn ich viel liege, dann sehen die mich schlechter. Lass ich jetzt mal da. Brauche nicht. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass hier Zecken drin sind. Ist aber keine. So, ist das hier drin? Munition. Munition. Nehme mal alles mit, was munitionstechnisch ist. Weil Schalldämpfer und sowas lasse ich weg. Außer es ist besser als mein jetziges. Eins, zwei. 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 Aber schönes Detail, wie der mit einem Arm die Waffe hält und mit dem anderen dann wirklich vor und zurück gleitet. Richtig gut. So. Muss mal ein bisschen ruhiger an die Sache rangehen. Finde ich auch. Jawohl, da kriegen wir wieder ein paar Explosivgeschosse für unseren Raketenwerfer. So, auf der Höhe war da auch noch einer, gell? Oh, was war da jetzt mit bei? Schalldämpfer Maschinenpistole, Notsignalfackel. Kurzer Falkenrock, grün, schwarz. Okay. Da tänzelt er rum. Okay. Toilette können wir nicht. Das muss jetzt sein. So, Flintenmonie, das ist, glaube ich, die bessere, gell? Okay. So, Flintenmonie, das ist, glaube ich, die bessere, gell? Oh ja, die schießen sich gegenseitig kaputt. Jawohl. Oh, wow, wie gleitet der denn hier rum? Oh, habt ihr das gesehen? Ich hätte eigentlich treffen müssen. Oh. So, einer ist da glaube ich noch. Wo ist er? Wo ist es hängig? Da. Oh, Alter. Irgendwie bin ich richtig schlecht. Das ist ja voll gut. So, nimm mal den hier, nimm mal den hier. So, nur wegen dem Sammelobjekt, wenn man das eigentlich überlegt, gell? So, das kann ich auch wieder aufstehen. So. Komm, einen noch. Ganz gut. So, die haben wir. So, die haben wir durchgesucht, die Zelte. Die großen, die hört man echt weit. Oh, was ist denn hier für eine? Ist die besser als meine? Weil wenn nicht, dann lege ich die gleich wieder ab. Dann trage ich nicht unnützes Zeug mit mir rum. Ne, die legen wir ab. Das hier, noch eine Kiste, Munition. Jo. Jawoll. Oh, ein großer. Oh. Den nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Den Plastikgerümpel lassen wir mal. Boah, hier ist einer fetter. Sicher jetzt erst. Was ist hier? Aluminium. Aluminium-Liquillum, gell? Wie sauber das auch. Oh, wahrscheinlich ist der Sammelgegenstand in irgendeinem LKW wieder. So wie in den ersten Folgen. Als wir die erste Kirche gesucht hatten. Oder besucht hatten. Jo. Ist die besser als meine? Hier. Nö, legen wir ab. So. So. Auferklump, gell? So. Hm. Ach, hier liegt auch noch eine. Guck dich das an. Wie ist die? Wie ist die? Ne, danke. gut ich könnte das zeug auch recyceln ja sehe ich jetzt gerade nicht so auch adrenalin richtig gut jawohl kann man mit der mine ein bisschen spielen sehr stark also einen haufen munition gibt es hier hallo ziehe ich gerade in der kofferraumklappe fest was hat denn der alles dabei alles nehmen so pistole was hat die nein das mal hier ich habe nur noch zehn schuss für die flinte sich gerade was ist denn da in munition es muss so ein versorgungstransport gewesen sein oder so ist ja richtig gut da lacht das herz so de le zack fahr damit dabei die motoren lasse ich jetzt mal in ruhe na geh hoch da so in dem zelt waren wir aber hier in der mitte voll an deiner ausdauers genauso gut wie bei seven days viel zu viel schnell der hammer jakt club was zappeln da so das hört ihr auch oder dieses brrrrt ich gehe einfach mal weiter so gehen wir weiter richtung ziel lassen wir das auch noch hinkriegen die folge wird auf jeden fall ein bisschen länger sein weil ich muss mir das wieder zurecht finden das habt ihr ja auch gemerkt wir versuchen das echt zu umgehen also den konflikt zumindestens apropos konflikt wie sieht es denn eigentlich aus mit meinen fertigkeiten ein punkt haben wir übrig jawohl was kann ich denn hier schaltet die fähigkeit frei sogar beschädigte ausdauerregeneration das wäre eigentlich auch nicht mal so schlecht ausdauermenge widerstand das wäre eigentlich auch nicht verkehrt visiertempo nachladetempo das nachladetempo müsste ich eigentlich auch erhöhen ich muss eigentlich alles erhöhen fern gesteuertes hacken das ist auch geil ne ja pass auf wir machen das bräuchten warte mache ich das weil ich habe nämlich das gefühl dass dieser raketenwerfer null null schaden bei den dingern macht das habt ihr ja gesehen wie viel schuss diese vier gebraucht haben und einer von euch im kommentar hat ja geschrieben dass der den ich da bekämpfen wollte war das sechs bis acht schuss oder vier bis vier bis vier bis sechs ne so was rum plus minus im ganzen und das ist halt schon mächtig ich bin schon wieder zu laut warum wer ist da oh nee nee komm du siehst mich nicht du siehst mich nicht du siehst mich nicht da ist aber auch schon wieder so eine kleine anlage es ist wie so ein kleines militärisches camp oder alter oh da ist die relay station da drin ne ja sieh und da ist auch noch so ein digger ne ja die relay station würde ich aber trotzdem gerne mitnehmen mhm ach wie gut dass ich jetzt mein scharfschützengewehr nicht mit dabei gut dass wir das raus gemacht haben auf den rückweg so haben wir geklärt da ist eine relay station auf der karte gleich verzeichnet gell da das wäre dann in die richtung jo die holen wir nachher ab wo ist hier eine rote leuchte oh ein bunker kann man da rein da ist ein doktor oder ein arzt oder irgendwie sowas professore da geht es doch in den bunker rein oder ja das sieht so aus auf jeden fall hier ist ein skilift können wir den betätigen das wäre übelst geil so wie hast du hier ein menschen mit viel munition können wir den komm ich da hoch ah ne leitersteigen war ja hier nicht so ne hier ist mir aber zu viel licht okay okay da ist ja cool da haben die hier echt einen lift hingebaut hm so schaut mal mit die umgebung an da liegt doch auch wieder was ist schon wieder abgelenkt ist doch so eine pistenraupe oder zeig mal oh das ist nur ein traktor ähm ein traktor okay ah gut dass wir hier lang gelaufen sind perfekt einfache sanipäckchen ja voll gut so aber hier lag auch noch was ne ja wer bist denn du was hast du hier rumliegen das war doch ein scharfschützengewehr hier unten warte mal ich habe doch eins dabei ich müsste es doch nur mal ausrüsten ich bin ja nicht bescheuert gell ja machen wir auf dem rückweg die das relais die relais station auch relais antenne etc dann kriegen wir das auch alles hin so rein in die stadt warte ich muss doch darüber ich glaube ich muss gar nicht dahin gell ah ich bin noch nicht mal auf der hälfte ach gott und ich bin auch schon wieder überladen das gibt es doch nicht recyceln was hast du denn hier vom ablegen nutze ich nicht ich nutze dieses ganze kleiderdatsche zeug nicht ach kommt leute kann man das nicht irgendwann einem händler verkaufen irgendwie so ach alles weg damit das ist nur unnötig wie viel kriege ich jetzt davon frei hier das waren 6 kilo glaube ich vom klebstoff auch noch einmal hier das stahl das geht jetzt massig was runter oder aha du bist alles hier rumliegen oder im rucksack ja so munition ist wichtig genau vor allem diese 50er für scharfschützen gewährt die ist echt nicht verkehrt da ist doch schon wieder irgendeiner oh das ist einer von diesen hier luziver mäßigen ach du nee geh weg geh weg geh weg nee komm hau ab nein das ist einer wie habt ihr die genannt apokalyptischen scheiße verrammelt weiter 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 ab ins haus ab ins haus ab ins haus geh rein geh rein geh rein ach ich bin getroffen ich bin getroffen ach ich blute ach geh weg boah wie die da stehen die krattler war ich bin getroffen da komm ich nicht hin da treff ich die mich ich bin getroffen Oh, ich treffe nicht. 60. Wieso wurde ich jetzt von der Seite getroffen? Achso, das sind die. Warte, oh man. Warte mal, wie weit kann die die Granate werfen? Das war doch eigentlich relativ weit, gell? Nee, es dauert zu lange und du zündest zu kurz. Da muss doch einer nur in die Luft gehen, oder? Oh, tot. Adrenalin. Voll gut. Ich habe schon weinen wollen, aber ich kann mich da nicht hinlegen. Doch. Oh, das geht. Ich komme da rein. Ich werde kurz ruhen lassen da, damit die sich da wieder beruhigen, weil die sehen mich ja nicht. Jawohl. Die Klamotten würden eigentlich gar keinen Platz wegnehmen. Aber wie mies die gerade sind, diese apokalyptischen Grattler. Ah, die wissen auch gleich wo ich bin, willst du mich verarschen? Echt? Echt? Das müsste doch der Punkt sein, oder? Ja. Echt? 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 Aber jetzt häng ich hier an diesen Grattlern. Ok, die haben es nicht anders als Gold. So. So, da leh. So. Ich würde mal sagen, haben wir Geschwätzburschen. Hä, anstrengend. So, dann nehmen wir jetzt das Scharfschützengewehr. Die Flinten lassen wir da. So, zack. Richtig gut. Ah, die sind echt nicht ohne. Guck dir das an. Warte, den einen hat es noch hier vorgespickt, oder? Hä? Wo ist der Rest? Ah, hier liegt nur einer. Meiner müsste sich im Gebüsch verstecken. Da hat es ihn gewedelt. So. Dieser Arsch mit eurem Typen, oder? Da. So. Diese Drohne. So. Irgendwas erkennt mich. Oh, tschüss. Das waren große. Das waren so apokalyptische Hunter, glaube ich. Da, Vögel. Vor allem, dass die nichts mitgekriegt haben. Die hätten doch normalerweise auch gleich da sein müssen. Oh, hier ist ein Unterschlupf. Hier ist ein Unterschlupf. Das sieht nach Unterschlupf aus. Hier ist doch ein Fahrradständer. Ist der nicht meistens immer ein Unterschlupf? Das ist keine Zusatzmission. Oh, geleck. Schade. Boah, ich hätte mich jetzt gefreut für einen kleinen Unterschlupf. Ist ein großer, ne? Ich müsste hier Richtung Berg. Ach du. Warte. Ich gehe da hoch. Entschuldigung. Kleinen Moment. Entschuldigung. Ich wusste gerade. Wo ist Tim? Da. Die waren gleich da vor Ort und haben geguckt, was da los ist. Weil die ihren Großen wieder ihren Dicken beschützen müssen. Wow. Das ist echt der Hammer. So. Ich würde gerne diese Mission in dieser Folge beenden. Dafür müssen wir halt erstmal ankommen. Was haben wir hier? Maisfeld, oder? Jo, das sieht nach dem Maisfeld aus. Ist da vorne irgendwie eine Aktivität? Das sieht mir aber nach einem Unterschlupf aus. Oh ja. Komm, lass das ein Unterschlupf sein. Okay. So. So. So eine Art Herberge. Auch nicht schlecht. Oh, sehr gut. Oh, ich freue mich immer wieder über ein bisschen Heilung, ne? Ist da der DeLorean? Ne, er sah gerade so aus. Hier zurück in die Zukunft. Huch. Da ist die Waffe. Wie ist die drauf? Na, die ist nicht so gut drauf. Lege ich auch gleich wieder ab, ne? So. Okay. Da ist wieder so eine Leuchtfackel dabei. Okay. Geh mal weiter. Ich will mich gar nicht so lange aufhalten. Ich habe halt eher gedacht, dass hier so eine Art Unterstupf noch wäre. Die Scheune, die können wir glaube ich ver- Oh. Da ist rotes Licht. Was macht das? Es leuchtet rot. Was ist denn das? Ist das eine Kamera? Komm ich da nicht irgendwie rein? Ist das alles zugestellt worden? Was ist denn das? Oh, war das eine Hochzeit? Echt? Habe ich jetzt so einen Kranz im Kopf gehabt? Ja, warte mal. Ich muss doch da irgendwie so ein Ding erwischen, oder? So, zeig mal. Warte, so. Er schießt sich gegen das Holz. Was ist da denn los? Er schießt gegen das Holz. Hm. Das ist nur ein Auto. Aber wir müssten doch jetzt dann gleich da sein, oder? Ja. Jetzt sind wir gleich da. Jetzt hoffen wir, dass wir auch in der Stadt gleich einen Unterschlupf finden. Aber das wäre super. Und ich glaube, ich werde hier diesmal auch ein bisschen Sneaker durchlaufen. Also mit Schleichen und Gleiten und so weiter. Wenn ich dann mal in der Stadt drinnen bin. Ja, komm. Ja, schafft sie. Da hinten. Bist du... Okay. Oh, ich bin schon am Hotel. Ja, genau. Ich glaube, es ist offenbar, dass wir hier nicht ganz sicher sind. Wir sind auf einem Lux-Hotel. Wir liegen auf dem Golf in einem Wien-Käller. So ironisch. Sichere das Erdgeschoss im Hotel. Ah, was sind da für Kameraden? Das ist im Hotel, okay. Warte mal, wenn ich da drinnen bin, dann nehme ich doch wieder die Schrotflinte am besten. Warte. Da stimme ich mal ein bisschen mehr in Schatten an. Das ist, glaube ich, geschickter. Nicht, dass von hinten einer kommt und mich gleich sieht. Das ging jetzt aber recht schnell. So, jetzt pass auf. Inventar. Waffe. Das war die hier. Möchten wir gerne einen Platz zuordnen? Hierher. So. Munitionstechnisch. Wie schaut's aus? N war Munitionswechsel. Ah. Ich glaube, die war gar nicht so verkehrt. Weil dadurch dachte ich, der Action jetzt wieder kommt. So. So. Wie geht die Tür auf? Ah. Das war ja irgendwie klar. Warte mal. Ich hab doch Granate, Granate, Granate. Hier. Bombenangriff. Tschüss. Hat er was gebracht? Bisschen, ne? Zwei. Zwei. Zwei hat zerwischt. Zwei hat zerwischt. Zwei hat zerwischt. Hallo. So. Mach mal gleich den Koffer. Ich glaub der ist hier im Bad, oder? Oder Richtung Küche. Ja. Zeig dich mal, du Lappen. Oh, ich muss nachladen. Ah, ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Ah. Große Fresse gehabt. Tschuldigung. Sieben. Ja, war ich mal wieder zu großkotzig. Jawoll. Nein. Was hast du denn hier rumliegen? Irgendwelche Teile? Okay. Voll gut. Oh, dann geht das doch jetzt schneller als ich dachte. Ja, Wahnsinn. Trotz leichter Umwege haben wir es doch noch zum Hotel geschafft. Richtig gut. Was ist denn hier? Ja, ein Koffer. Ja, schön. Perücke und irgendein Signalfäckelchen wieder. Also diese Notsignalfackel, da sind die hier echt gut ausgestattet, ne? Oh, da war jetzt wieder so eine Signalfackel dabei. Ich weiß. So. Hier ist alles safe. Nein, theoretisch könnte man ja auch mal auf Toilette gehen. Oh, das mag ich ja, gell? In einer Großraumtoilette liegt die Arznei auf dem Boden. Klinisch rein. So. Oh, das auf jeden Fall. Danke. Okay. So, dann suchen wir das hier noch geschmeidig ab und dann... Was war das? Tussi? Ich hab zu schnell geklickt. So. So, du, 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 du. Jop, nehmt damit. Okay, wir werden die E-Gitarre spielen. Nein, geht nicht. Schade. Das wär cool gewesen. so ah cool haufen menschen wer bist du benny wasser jefferson weltzugplan wie heißt du verletzter soldat erst mal clown bei den neun so wie heißt du abro per eric wo hier specialist patrick ja sensationell und wen haben wir hier noch ältere schwester okay jüngere schwester und du bist denn der fadda oder wie wie heißt du hey gösta so dann gehen wir mal zu der dame im rollstuhl das war die wie heißt die dame anita das ist anita starkt jobbat tack so mycket för medicinen välkommen hit det är jag som är anita och som du ser lever vi inget lyxliv direkt tja benny ja du kanske känner dig an mig jo ja ja war ju vi pratar om barbrosis glansdagen en annan gång rockhörnen okay so ich gehe wieder hoch und ihr bleibt da alles klar habe ich verstanden ja aber bevor wir die fertig machen machen wir hier ein folgen ende vielen dank fürs zuschauen und ich freue mich auch wieder dass es weiter geht mit generation zero vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal ciao vielen dank den Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020